Der Weltschriesling der Domäne Böttelsdorf ist ein absolut jugendlicher, leichtfüßig zu trinkender Weißwein. Mit seinen animierenden Apfel-, Birnen- und Heublumenaromen ist er ein Genuss für den ganzen Tag. Ein Wein, den man schon vormittags trinken kann und wo der Frühschoppen wahrscheinlich auch bis zum Abend dauern wird. Ein wahrer Genuss und eine wirkliche Freude im Glas. Sehr zum Wohle!